Hallo und herzlich willkommen zur anderen Folge PADDEL! Na ja, geilen Schnittchen! Ich war gestern Eiswürfel gucken und wie ihr bei mir auch im Facebook gesehen habt, habt ihr mich natürlich direkt entdeckt. Ich meine, das ist auf jeden Fall mehr safe. Auf dem Weg nach Krefeld wurde ich auch direkt erkannt. Voll die kacke Scheiße. Mittlerweile fühlt man sich echt wie Justin Bieber, nur in Nicht-Gay. Egal. Genug gelabert. Wir paddeln jetzt nochmal eine Runde. Und ich hoffe mal, dass mich diese anorganische Piste, die ich hier spielen darf, nicht wieder so abfuckt wie in der letzten Folge. Wie gesagt, das Level hier habe ich ja abgebrochen, weil ich leider keine Zeit mehr hatte. Nein! Das passiert heute nicht. Okay. Das heißt nicht, dass ich besser geworden bin oder so. No, Sir. Das ist jetzt einfach nur, dass ich das jetzt probieren werde. Ja! Woah! Ach, das ist doch zum Kotzen. Ja, sicher ist das. Das Spiel frustriert doch schon etwas. Muss ich sagen. Oh, nein. Nein, 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 nein. Dann nimmt man doch die Eier ab. Und wieder ein Stück weg. Ah, Menno. Es darf nicht wahr sein. Okay. So. Jetzt müsste das auch ungefähr passen. Ah, sehr gut. Okay. Ab jetzt wird's schwer. Ab jetzt wird's schwer. Nein! Fick doch die Henne. Fick die Henne. Darf nicht wahr sein. Ach, Menno. Es darf nicht wahr sein. Das gibt es eigentlich manchmal für Spaß, dass ich spiele. Ja, du da hoch. Eier da hoch. Und alles da hoch. Ja, wir verlieren. Wir verlieren nichts. Wir haben nichts verloren. Das ist schon mal schön. Nice one! Ja, ihr könnt euch natürlich auch auf die Schwesterheit freuen. Die kam nämlich auch heute. Um 19 Uhr. Hoffentlich pünktlich. Und irgendwie hängen die nicht zusammen. So, jetzt. Jetzt warten wir nochmal ganz kurz. Und... Wir geben jetzt Gas. Jetzt geben wir Vollgas. Flieg! Okay. Das... Das war schon mal nicht so schlecht. Nein, 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 nein. Okay. Wir fallen jetzt einfach. Wir fallen einfach. Einfach fallen. Fallen, fallen, fallen. Oh, ja. Schwenk gehabt. Okay. Hammerkrass, der Scheiß. Ich muss mich da drüberjumpen, um dann da drunter zu jumpen. Also quasi da durch... Nein! Nein! Boah! Ist doch zum Kotzen, ey. Leck mich an der Eier. Wie lange habe ich jetzt schon da angesessen an diesem Wichs-Level? Ja, sicher, ey. Fickgott die Hände. Ohne Spaß. Bis jetzt musste ich noch nicht jammern. Aber... Langsam muss ich ja... Kann nicht wahr sein. Kann nicht wahr sein. Darf nicht wahr sein. So. Okidoki. Das haben wir schon mal geschafft. Sehr gut. Fick euch doch ins Knie, ey. Dann halt nicht. Dann halt nicht. Dann halt nicht. So. Warten kurz. Und... Jetzt gehen wir mal Hartgas. Hartgas! Flieg! Fick dich doch. Ohne Spaß, ja. Ohne Spaß, ja. Wenn ich jetzt noch irgendwas verliere... Oh, 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 oh. Ja. Okay. Sehr gut. Nein! Boah! Leg mich am Arsch! Jetzt noch mal mit Speed. Ohne Spaß. Wieso ist der nicht abgehoben? Verarscht mich doch nicht immer. Klatsch! So, jetzt aber. Schön mit dem ganzen Paket. Ok, Tröpfchen für Tröpfchen. Auch immer eine gute Idee. Ok. Nein, nein, nein! Ok. Ein kleines Stück verloren. Aber es geht. So. Jetzt warten wir nochmal kurz. Und jetzt kommt die zurück. Ha! Bremsen. Jetzt müssen wir bremsen. Bremsen. Nein! 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 Alter. Jetzt aber so. Ohne Spaß. Überall fällt der Stuff mit runter. No. Dann. Boah. Überleben. Ok. So. Und. Ja. Mein Gott. Zehn Punkte Landung. Lecken wir am Arsch. Geschafft. Boah. Sogar Bronze gibt's. Haben wir fit? Haben wir fit? Juhu. Wir spielen immer noch organische Reststoffe. Okay. Okay. Aha. Boah. Leck mir am Arsch, ey. Direkt am Anfang. geschafft. Möomment. Moment. 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 Stop, 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 stop. So. Watt ist das? Da gibt es einen. Also wir machen jetzt quasi ganz safe. Erstmal den hier. Um dann da hoch zu fliegen. Okay. Na Moment. Das will ich noch nicht. Scheiße. Und das reicht jetzt nicht, oder? Doch. Alter. Alter. Nein. Okay, weil das jetzt schon im Level. Ist jetzt nicht ganz so schlimm. So. Und. Bam. 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 Mach an. Ja. So. Und jetzt geben wir Harkas. Schöner hin. Nein, 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 nein. Nochmal alles runter. Alles auf Stopp. So. Ja, ja. Ich geh mal zurück. Ich muss möglichst viel Pussy Juice mit nach oben nehmen. Schön wieder nach unten fallen. Genau. Schön nach unten fallen. Ah, boah. So. Jetzt aber. Nochmal. Nein. So. Okay. Jetzt haben wir wieder den ganzen Schild auf einem Haufen. Jetzt probieren wir. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Nein, nein. Nein, nein. Okay. Wir schweben noch. Wir schweben noch mit allem. Okay. Wir haben es versaut. Okay, da oben ist irgendwo noch so ein Schild. Da. Schaut doch, der Kleine. Wollen wir quasi gleich. Ach, leg mir doch den Arsch. Boah. So, hat eine Wichse. So. 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 Fick. Doch, die Hände. So. Nochmal. Nochmal. Jetzt aber. Komm schon. Flieg und Sieg. Ach. Boah, das kann nicht wahr sein, ey. Ey, was hat die Ratte denn gegessen, dass das so schwer ist? Boah. Jetzt komm runter, ey. Wollen wir nochmal. So. Schön schweben. Schön schweben. Schön schweben. Okay. So. Und jetzt direkt. Go, go, Gadget. Und. Aua, aua, aua. Nein. Boah. Ich schwöre. Boah, keine Ahnung. Das kann nicht wahr sein. Das Spiel macht mich fertig. Es macht mich einfach fertig. Okay, da war ich. Das war schlecht. So. Ah, ja. Komm, mach kaputt. Mach kaputt. Das ist mein Ding. Nochmal. Jump. Jump. Okay. Sehr gut. Jetzt aber. Ja, ist okay. Reicht schon. Gebe ihm. Gebe ihm. Oh, oh, oh. Okay. Oder nicht. Okay, nochmal. Speed. Kein Speed. Und. Genau. Sehr gut. Das sieht gut aus. Kamera wechseln. Kamera wechseln. Nein. Okay, komm schon. Kamera wechseln. Nein. Boah, leck mir doch das Nügelchen, ey. Und nochmal. Bremsen. Und go. Ja, 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 ja. Und hoch. Und hoch. Und hoch. Und höher. Nein, 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 nein. Nein. Ja, lecken wir doch die Eier, ey. So, und buff. Ohne Spaß. Ich schaffe kein Level. Außer dem. Außer das eine. Das erst. Ja, mein Gott. Ja, lass doch jetzt ein bisschen alles fallen, ey. Diese miese Rattenkotze. Das ist doch zum... Scheiße. Das funktioniert ja nie. Ich komme damit doch nie drüber. Doch, tue ich. Nein. Nein, nein. Bleib mir am Arsch. Okay, das hat funktioniert. So, weiter bin ich noch nie gekommen. Was passiert da? Okay, lass mich raten. Die komische Kotze. Komm schon, komm schon. Ja, ja, gewonnen. Ja, gewonnen. Gewonnen. Leck mich am Arsch. Im Ziel. Nutzig, scheiße auf die Punkte. Einfach nur drin. Mit Wasser gefüllter Schneeball. Okay, sehr zerbrechlich. Wird von harten Schlägen beschädigt. Nö. Erstmal direkt da rauskommen. Woller Problem. Wird von harte Schläge sind. Aber so Sachen sieht man wahrscheinlich schneller als man möchte. Ah, schön langsam. Ah, schön langsam. Sehr gut. Schön langsam. Okay, ein bisschen schneller. Noch, noch ist alles safe. Okay, Moment, jetzt fallen wir. Achso, jetzt musst du quasi schnell genug sein. Okay, schon langsam. 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 Nein, immer noch langsam. Und... Scheiße. Ah, ist natürlich auch scheiße. Jetzt tropft quasi die ganze Zeit mein verkacktes Blatt. Komm schon. Stups mich an. Stups mich an. Okay, das heißt in dem Moment, wo man beschädigt ist, läuft das Spiel quasi auf Zeit. Okay, weiter geht's. Schön vorsichtig. Jetzt fallen wir. Jetzt fallen wir. Okay, das war... Das war weich. Okay, go, go. Weiter, harte. Jetzt muss das Zielarbeit mal kommen. Okay. Und da drauf fallen. Nein. Ja, sehr gut. Komm schon. Komm schon. Go, go. Scheiße, ey. Ich schaffe das Level jetzt nicht wegen so einem verkackten Bullshit. Doch, das ist das Ziel. Das ist das Ziel. Perfekt. Geschafft. Juhu. Juhu. Gott sei Dank. Ein Level geht noch. Trink beim ersten Mal hier. Too easy. Too easy. Einfach nur. Alles klar, wir spielen nochmal mit dir. Oh ne, jetzt gibt's eine Sequenz. So, ich werde jetzt was angeregt. Was kriegen wir da? Tinte. Ja, was wird es? Keine Ahnung. Nobody knows. Kriegen. Tinte. Fließt immer. Das Tint ist heute vor der Strecke nicht. Fließt immer. Okay, jetzt darf ich darin herausfinden, wie man zwischen den befüllten und das Öffnen der Türen wechselt. Okay, das habe ich noch nicht verstanden. Achso. Tinte fließt immer. Go, go. Go, go, Gadget. Nein! Was ist das so ein Bullshit? Go, go. Go, go. Okay. Alles reicht. Sehr gut. Hurray! Mein Gott, ey. Im zweiten Versuch, was funktioniert, ist. Mit Bronze, ob gestanden. Du hast ganz so schlecht für den Schwierigkeiten. Schwierig hat es gerade. Okay, löst dich bei Kontakt mit roter Schraffur auf. Öffne die letzte Tür, in dem du die Figur 8 bildest. Okay. Ah, okay. Okay, plötzlich mit roter Schraffur. Wow! Oh, Gott. Okay, wir sehen es richtig. Tintenspiel ist Geschwindigkeitsspiel. Alles klar. Genau. Schön vorsichtig. Quasi durch die Mitte durchfallen. Nein, 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 nein aus. Nein. Und jetzt Gas. Und nochmal Gas. Und nochmal Gas. Und Gas, Gas, Gas. Nach links weg. Und dann halt dem Beispiel nach rechts weg und nach unten weg. Und alle sind glücklich. Komm schon. Schön in die Mitte. Ah, das sieht gut aus. Okay, das ist ja quasi... Gas geben. Mit allem. Nein, nein. Nein, nein. Komm schon. Da ist der Rest. Schön runterfallen. Okay. So. Okay. Oh, nicht schlecht. Äh, scheiße. Jetzt komme ich schon ins Ziel, obwohl ich nicht alles mitgenommen habe. Scheiße. Na egal. Machste nix. Machste einfach nix. Aber es lief wieder gut. Und deswegen habe ich gesagt, ein Level. Ein Level geht. Okay. Treibstoff. Sehr komfort, leicht und zu glücklich wird immer nach unten gezogen. Alter, what the hell. Gebeam. Gebeam. Achso. Ich darf nicht zu schnell nach unten. Da ist der Trick dabei. Da ist der Trick dabei. Das kann nicht wahr sein. Doch. Da häng ich da drin. Und dann wartet's. Zack, 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 zack. Und gehen. Dann gehen. Dann gehen. Dann gehen. Dann gehen. Oh, fuck, ey. Das ist echt schwer. Länger Marsch. Nicht sicher. Alter! Leck mich an den Nüsse! Achso! Hä? So Perfekt, nichts verloren Was da? Nein Okay, jetzt noch mal Jetzt habe ich einen Trick drauf So, guck mal Na, 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 na So, so So, und Okay, der erste Part ist erledigt Ich gebe Gas So, 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 so Und Perfekt Und jetzt wird sie wieder runtergezogen Alles klar, wie? Okay, was machen wir jetzt hier? Achso, Leute Achso, Leute Nein, okay, jetzt habe ich es gecheckt Nein Doch, doch Okay Okay Nein, 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 nein Fuck Okay Letzter Versuch Letzter Versuch vor dem letzten Versuch Vor dem letzten Versuch Vor dem letzten Versuch Jetzt machen wir das 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 Fick Doch Den Anus ey Das kann doch nicht wahr sein Stopp ganz langsam Jetzt rum Nach links Nach links Und Du gehst auch Sehr gut Und jetzt wieder nach links Nach links Nach links Ganz vorsichtig Ganz Ganz vorsichtig Boah Das war knapp Ja Ziemlich durch So Checkpoint Ja 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 Okay Schön Geschmeidig Ah okay Dann sind wir schon durch Quasi Huu Das Lächeln So 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 Und jetzt noch mal Sehr gut Sehr gut Jetzt geht der Strahlenmeer vorbei Genau Und jetzt haben wir die Möglichkeit Das zu toppen unten Ja, naja Nein, 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 nein Okay, okay, alles safe, alles safe Alles safe, alles safe, alles safe Alles safe Alles safe Alles safe, alles safe Alles safe, alles safe Okay, alles safe, alles safe Nein, 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 nein Alles safe, alles safe Boah Ja, Baby Hammerfett, das hat funktioniert Ey, komm, Bronze, Krim und Silber Fast Gold sogar Hammerfett, das war ein geiles Spiel Kommt morgen wieder ein 21 Uhr zu poddeln Dann kriegt ihr eine gepoddelt Haut rein Und dann krieg ich mich auf die Bedürft spürt die